Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das Jahr des Schweins, also das Spongebend ist zu Ende. Gestern Abend 22 Uhr sind alle Schweine verschwunden und was ist passiert? Weitere rosane Pokémon sind aufgetaucht, Libiskus und Co., Pummeluf und Co., alles dabei, Schlurp, was man so sieht. Denn das Valentins-Event ist gestartet seit 22 Uhr gestern Abend und da gibt es natürlich auch wieder einige Boni oder wie immer in den Ankündigungen steht, Bonusse. Bestes Wort immer noch. Wir wollen mal kurz vorlesen oder mal schauen, ich blende euch hier mal eine Grafik ein, wo alle Sachen dastehen, was es da so alles gibt. Vom 13. Februar bis zum 21. Februar, 22 Uhr, gibt es folgendes als Event. Rosafarbene Pokémon wie Pipi, Hopspross, Libiskus erscheinen mit vermehrter Häufigkeit. Und ihr wisst ja, Libiskus gibt es natürlich auch als Shiny, das wurde ja schon damals eingeführt, am Valentinstag-Event. Gibt es also jetzt immer noch, das ist nämlich dann gelb statt pink, also statt rosa. Das ist richtig genial, das finde ich auch sehr selten, weil es es eben nur an diesen besonderen Days gibt am Valentinstag. Man findet sonst so gut wie kein Libiskus, also nutzt die Chance und sucht Shiny Libiskus. Dann gibt es natürlich auch rosafarbene Pokémon wie Charnera und Porygon aus Raid-Kämpfen. Das ist auch neu, die Raid-Bosse haben sich nämlich auch geändert. Da werden wir nachher mal drauf zurückkommen, was es da jetzt alles gibt. Es gibt also auch Valentins-Raids sozusagen, vermehrte rosane Pokémon. Lock-Module halten während des Events sechs Stunden lang an. Und das ist richtig krass, ihr wisst ja, normal eine halbe Stunde. Jetzt geht es also sechs Stunden, könnt ihr also zünden, abhauen und sechs Stunden später brennt das immer noch. Dann gibt es die zweifache Menge an Fang-Bonbons. Also nicht fürs Verschicken, nicht fürs Entwickeln, aber wenn ihr fangt und gelbe Beere nehmen, könnt ihr sogar also zwölf Bonbons rausziehen. Und das ist genial, weil ihr ja nicht nur so schön Bonbons farmen könnt für das nächste EP-Event. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt eure Meltan-Boxen aufmacht, schön Meltan-Bonbons farmen, weil ihr jetzt auch zwölf Meltan-Bonbons bekommt, pro gefangenes Meltan. Bei 20 Stück sind das 10.000, das ist wunderbar, geht genau auf Wundezahl. Das nehmen wir mal so mit, lassen wir mal so stehen. Und ja, das Meltan-Event läuft ja eben auch noch, geht ja auch den ganzen Februar lang. Das könnt ihr richtig gut nutzen dafür, richtig gute Sache. Dann gibt es weiterhin die 7km-Eier, die werden schon wieder wichtiger denn je. Also das sind immer noch die besten Eier, die es momentan gibt. Denn die schillernden Varianten von Pi und Kusilla schlüpfen nun auf 7km-Eiern. Bisher hat man ja immer im Strahl gekotzt, wenn Pi und Kusilla aus den Eiern gekommen sind. Die konnte man einfach nicht mehr sehen. Jetzt geht die Jagd wieder los. Schillerndes Pi, schillerndes Kusilla. Und natürlich habt ihr dann auch die Weiterentwicklungen davon. Pi, Pipi, Pixi und Kusilla und Rosana. Könnt ihr also jetzt auch alles in der schillernden Variante ergattern. Dann sind schon wieder 5 neue Shiny-Pokémon, die so eingeführt wurden. Dann gibt es auch ein neues Baby-Pokémon, nämlich Wonnaira oder Wonnaira. Kann erstmals aus 7km-Eiern schlüpfen. Und das ist das Baby von Haithera. Also von Sharnera. Wonnaira. Sharnera. Haithera. Oder Haithaira. Haidera. Haidewitzka. So. Dann gibt es außerdem eine neue Pandir-Form, die immer noch bei derselben Aufgabe ist. Und zwar landen 5 großartige Curve-Bälle hintereinander. Da werden etliche Leute dran verzweifeln. Deswegen macht die immer bei einem Raid-Boss. Stellt euren Kreis ein. Nutzt den Fang-Trick. Da geht das relativ gut. Genügend Bälle und Versuche müsstet ihr da auch haben. Und die sind eh immer hartnäckig. 5 großartige Curve-Bälle hintereinander für das neue Pandir mit der Herz-Form. Das hat also so ein Herz im Gesicht kleben. Keine Punkte. Herz passend zum Valentinstag. Richtig gute Sache auch. Joa. Und das ist erstmal das Erste von der Infografik. Und jetzt wollte ich euch kurz noch die neuen Raid-Bosse auch aufzeigen und mal erzählen. Denn in den Level 1 Raids gibt es nun Ponita, Krabbi, Snubbull, Libiskus und Shinux. Und wie immer alles was im Level 1 Raid ist, kann auch Shiny sein. Also Shiny Ponita, Shiny Krabbi, Shiny Snubbull, Shiny Libiskus, Shiny Shinux. Und das finde ich besonders genial, weil Krabbi fehlt mir immer noch. Habe ich damals nichts bekommen. Werde ich jetzt auf Suche gehen nach Shiny Krabbi in den 1er Raids. Mal da eins abstauben. In den Level 2 Raids gibt es jetzt Lammus, Elektroball, Schlurp, Magma und Kirlia. Joa, Kirlia, ne? Das ist ja richtig rosa. Nein, das passt hier überhaupt nicht rein. Aber fehlt natürlich noch einigen, weil jetzt auch die Weiterentwicklungen da sind. Möchte man natürlich noch ein paar Drassler-Bomboms farmen. Im Level 3 Raid gibt es jetzt Vulnona, Shanera, Porygon, Vati und Miltank. Wer noch Miltank braucht zum Tauschen, verlag ich es wieder so, zieht sie euch einfach alle aus dem Raid raus. 3er Miltank Raid, kann man auch mal probieren, ist bestimmt eine gute Sache. Level 4 Raid habt ihr jetzt. Tornupto, Togetic oder Togetic. Despoda und Absol, also wieder nur 4 Sachen. Immer noch Despoda dabei und Absol natürlich auch als Shiny verfügbar. Weiterhin und Level 5 weiterhin Palkia und Dioxys als X-Raid in der Angriffsform. So, das war es eigentlich schon alles Nützliche, was man jetzt so machen kann. Ich versuche heute natürlich noch ein Palkia-Raid zu machen, dass ich die blöde Pandia-Aufgabe fertig bekomme. Denn vorhin habe ich es schon stundenlang versucht und bin daran gescheitert, weil immer mal dann das Pokémon angegriffen hat oder dann bald sonst wohin geflogen ist. Aber da braucht man ein bisschen Geduld oder einfach nur ein 5er Raid und dann klappt das von ganz alleine. Das war es aber von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, wie ihr das Event findet, was ihr euch sonst noch gewünscht hättet oder ob das alles cool ist, so wie es ist. Ich meine, es gibt neue Pokémon mit Babys, es gibt neue Raids, es gibt neue Shinies, es gibt mehr Bonbons. Was will man mehr? Alles rosa, passend zum Event. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.